Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich sinkt seit einiger Zeit, allerdings nicht in allen Gruppen, Stefan Hartl. Ja, vor allem Menschen mit Behinderung haben es schwer. Hier steigt die Zahl der Arbeitslosen weiter an. Im September lag das Plus bei 5 Prozent, während insgesamt die Arbeitslosigkeit in Österreich um 3 Prozent gesunken ist. Viel Kritik kommt heute deshalb von gleich mehreren Behindertenverbänden. Sie haben am Vormittag ihre Forderungen an die kommende Regierung auf den Tisch gelegt. Hier ist derzeit vergleichsweise wenig los. Allerdings, für Menschen mit Behinderungen wird es immer schwerer, einen Job zu finden. Wir haben eine wirklich sehr, sehr dramatische Situation. Und unser Zielbild, das wir uns vorgenommen haben und uns gemeinsam darauf geeinigt haben, ist ein inklusiver Arbeitsmarkt. Eine Änderung wünscht man sich etwa bei der sogenannten Ausgleichstaxe. Bedeutet, derzeit müssen Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten Menschen mit Behinderungen einstellen oder eine Art Strafe zahlen. Stattdessen schlagen die Behindertenverbände einen Beschäftigungsbeitrag vor, den alle Unternehmen zahlen. Diejenigen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, sollen dann Prämien bekommen. Also? Fördern statt Strafen. Zudem soll etwa die Förderung für die persönliche Assistenz von behinderten Menschen bundesweit geregelt werden. Derzeit gebe es ein Förderwirrwarr zwischen Bund und Ländern. Und im Bundeskanzleramt soll außerdem ein eigenes Staatssekretariat für die Anliegen von behinderten Menschen geschaffen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017